Hallo liebe Krypto-Kenner, willkommen zu diesem neuen Krypto-Wochenrückblick. In dieser Woche sprechen wir natürlich über El Salvador und Bitcoin. El Salvador, das erste Land der Welt, das Bitcoin zum gesetzlichen Zahlungsmittel gemacht hat. Zum anderen sprechen wir über das FBI, das Erpressergeld von einer Hackergruppe sicherstellen konnte, im Wert von über 2 Millionen US-Dollar in Bitcoin. Und zu guter Letzt sprechen wir über Square, das Unternehmen vom Twitter-Gründer Jack Dorsey, das ihre Pläne veröffentlicht hat, ein eigenes Hardware-Wallet auf den Markt zu bringen. Hey, mein Name ist Marco von CryptoKenner.de und auf CryptoKenner erhältst du Tipps, Tutorials und Reviews über Bitcoin und Kryptowährung. Jetzt aber viel Spaß bei dem Video. Als erstes müssen wir natürlich über El Salvador sprechen, die Bitcoin als gesetzliche Zahlungsmittel im Land deklariert haben, neben den US-Dollar. Von der Ankündigung am Samstag auf der Bitcoin-Conference in Miami durch den Präsidenten Naipo Kehle bis dann zur Umsetzung im Parlament oder im Kongress von El Salvador hat es weniger als eine Woche gedauert. Das ist wirklich krass und neben dieser grandiosen Nachricht, dass El Salvador nun das erste Bitcoin-Land ist auf der Welt, gab es weitere gute Nachrichten. Ich habe zu dem Thema zwei Videos in dieser Woche gemacht. Schaut dir das gerne mal an. Ich verlinke dir das Ganze auch in der Videobeschreibung. Aber eine weitere gute Nachricht ist hinzugekommen. Und zwar hat der Präsident aus El Salvador bekannt gegeben, dass die zahlreichen Vulkane im Land dafür verwendet werden sollen, Bitcoin-Mining zu betreiben. Und das wäre dann Bitcoin-Mining mit der Hilfe von Vulkanen, mit Vulkanenergie. Und das würde bedeuten, dass Bitcoin-Mining aus El Salvador zu 100% erneuerbaren Energien bereitgestellt werden könnte. Und das ist wirklich eine weitere grandiose Nachricht für den Bitcoin-Space. Nicht nur die Umsetzung des Bitcoin-Gesetzes, was in 90 Tagen in Kraft tritt, sondern eben auch die Möglichkeit, in El Salvador Bitcoin-Mining aus 100% erneuerbaren Energie, aus Vulkanenergie herzustellen. Ich finde, das ist eine coole Nachricht. Das FBI hat Erpressungsgelder in Bitcoin im Wert von 2 Millionen US-Dollar sichergestellt. Im Rahmen eines Hacks hat der US-Energieversorger Colonial Pipeline an die Hackergruppe DarkSide Erpressungsgeld in Bitcoin gezahlt. Und nun hat das FBI einen Teil dieses Erpressungsgeld sicherstellen können. 63,7 Bitcoin, etwa 2 Millionen US-Dollar, wurden auf einem gehosteten Bitcoin-Wallet gelagert. Und genau dadurch konnte das FBI diese Bitcoin-Bestände sicherstellen, weil die Hackergruppe die Bitcoins nicht im eigenen Wallet gelagert haben, sondern einen gehosteten Service verwendet haben. Durch diese Nachricht wurde fälschlicherweise von vielen angenommen, dass die Bitcoin-Blockchain gehackt worden ist. Das ist aber nicht der Fall. Es sind einfach die Wörter Bitcoin-Hack und FBI zusammen verwendet worden. Und wenn man nicht richtig informiert ist in diesem Thema, kann man auch natürlich schnell annehmen, dass Bitcoin wieder gehackt worden ist. Wie gesagt, das ist nicht der Fall. Es könnte aber möglicherweise dazu geführt haben, dass Bitcoin und andere Kryptoassets diese Woche massiv an Wert verloren haben, trotz der relativ positiven Nachrichten aus El Salvador. Der Zahlungsdienstleister Square hat seine Pläne bekannt gegeben, ein eigenes Hardware-Wallet in den Markt zu bringen. Das geplante Hardware-Wallet von Square soll vollständig Open Source aufgebaut sein. Sowohl die Software als auch die Hardware soll offengelegt werden und in Zusammenarbeit mit der Krypto-Community entwickelt werden. Das waren meine Krypto-Themen für diese Woche. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Abonnier auch gerne meinen Kanal Krypto-Kenner, um in der Zukunft keine Krypto-Updates zu verpassen. Was waren für dich die Krypto-Themen diese Woche? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao!